Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga finden drei Spiele am heutigen Sonntag, 21. und 20.10. statt. Spox zeigt, auf welche Partien ihr euch freuen könnt und wo ihr diese im TV, Livestream und Live-Ticker verfolgen könnt. 2. Liga heute live die Sonntagsspiele im Überblick 13.30 Uhr SSV Jan Regensburg SV Darmstadt 9.813.30 Uhr Hamburger SV VfL Bochum 13.30 Uhr SC Paderborn 07.1 FC Union Berlin 2. Liga heute Live-TV-Übertragung, Livestream und Live-Ticker-Ski hat sich, wie auch in der Saison zuvor, die Rechte an der 2. Liga gesichert. Die Übertragung des Pay-TV-Senders startet live und exklusiv bereits um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, die Spiele auch im Livestream bei Skygo zu verfolgen. Wie immer kann man sich auch mit dem Live-Ticker von Spox auf dem Laufenden halten. HSV, der Weg zurück zur Erstklassigkeit mit gerade mal sieben Punkten aus fünf Spielen liegen die Hamburger auf Platz 13 der Heimtabelle. Auswärts waren es bisher ganze zehn Punkte, wobei lediglich viermal gespielt wurde. Unsere Konterabsicherung war nicht die stabilste, erklärte Trainer Christian Tütz gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Damit sprach er vor allem die Pleiten gegen Holstein Kiel 0 zu 3 und den SSV Jan Regensburg 0 zu 5 an. Wir haben daran gearbeitet und uns schon deutlich verbessert. Der Startelf-Einsatz von Stürmer Jan Fieteab ist nach seinem Wenderteilriss im Sprunggelenk noch ungewiss, allerdings könnte He-Chen Ha-Wang bereits wieder einsatzbereit sein. Dieser hat Dosier trainiert, nachdem er von der Länderspielreise mit Südkorea zurückkam. Die Tabelle der zweiten Liga-Platz-Teamspiele Tore Foto-Differenzpunkte eines Punkt 1 FC Köln 1.023 zu 149.222 1 FC Union Berlin 914 zu 77.173 Hamburger SV 912 111.174 SPVGG Greuther Fürth 1.013 zu 103.165 FC St. Pauli 915 zu 150.166 SC Paderborn 07919 154.157 Punkt 1 Punkt FC Heidenheim 1.016 zu 104.158 Arminia Bielefeld 1.014 zu 140.159 VfL Bochum 916 zu 1.061.410 SSV Jan Regensburg 916 zu 1.331.411 SG Dynamo Dresden 1.013 zu 1.121.412 Holstein Kiel 1.014 zu 15.11.213 FC Erzgebirge Aue 1.011 zu 14.31 1.114 SV Darmstadt 98.911 zu 15.41 40.015 Magdeburg 1.013 zu 16.3.916 SV Sandhausen 1.109 zu 14.5.817 MSV Duisburg 99 zu 18.9.518 FC Ingolstadt 1.109 zu 23.145 Werbung Werbung верk Werbung Werbung Werbung